Moin, schön, dass ihr dabei seid. Heute wieder mit einer gespielt Folge hier auf Board Game Panther Brettspiele. Ich bin der Chris und ich möchte euch heute wieder fünf Spiele vorstellen, die ich so in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe. Und ich möchte euch so ein bisschen davon berichten, wie mir die Spiele gefallen haben, was ich so erlebt habe bei den Spielen. Und bevor ich damit anfange, bevor ich mit dem ersten Spiel anfange, möchte ich euch auf etwas hinweisen. Denn es ist so, dass das jetzt die aktuelle Folge die Folge Nummer 98 sind und wir nähern uns mit sieben Meilenstiefeln der 100. Gespielt-Folge hier auf meinem Kanal. Und ich hätte tatsächlich nie gedacht, dass ich das so lange durchhalte, dass ich hier 100 Gespielt-Folgen mache, neben den ganzen anderen Videos, die ich ja auch noch mache. Und ich möchte ja zur 100. Folge etwas Besonderes machen. Ich weiß noch nicht ganz, ob es die 100. Folge selbst wird oder ob ich dafür eine Extra-Folge mache. Auf jeden Fall möchte ich euch aufrufen, dass ihr mir sagt, welche Spiele ich denn in der nächsten Gespielt-Folge bzw. in dieser Spezial-Folge oder in der Folge 100, je nachdem, wie ich es dann mache, vorstellen soll. Das heißt, ihr könnt jetzt die Chance nutzen und mir eure Spiele-Vorschläge schreiben. Ich habe in der Videobeschreibung unten einen Google-Forms-Link bereitgestellt. Da könnt ihr eure Antworten reingeben oder ihr schreibt eine E-Mail an kontakt-at-boardgame-punther.de mit euren Vorschlägen. Und ja, es kann natürlich sein, dass ich das eine oder andere Spiel nicht habe bzw. irgendwie meine Finger nicht dran bekommen kann. Aber ich werde versuchen, so viele wie möglich von euren Vorschlägen dann zu spielen und euch dann davon zu berichten. Also es werden hoffentlich dann mehr als fünf Spiele sein. Vielleicht wird es dann auch einfach eine etwas größere Folge. Mal schauen. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Ich werde in diesem Video, ja in diesem Video habe ich den Aufruf jetzt das erste Mal gemacht. In der Folge 99 werde ich den Aufruf auf jeden Fall nochmal machen und vielleicht auch noch ein extra Video dazu. Und ich möchte diese Jubiläumsfolge, sage ich mal, dann möglichst bald ausstrahlen. Also haut in die Tasten und ich bin sehr gespannt auf eure Spiele-Vorschläge. Jetzt fangen wir aber mal mit dem ersten Spiel an und ich möchte euch gerne von Hochsaison berichten. Hochsaison ist der Roll-and-Ride-Ableger eines meiner Lieblingsspiele, nämlich von Grand Austria Hotel. Ich hatte das Spiel schon mal auf der Messe Probe gespielt, auf dem Asmodee-Event. Und jetzt ist es endlich verfügbar. Ich habe es mir gekauft. Und man muss sagen, es fängt das Hauptspiel wirklich gut ein. Also ich war eigentlich relativ skeptisch, nachdem ich das das erste Mal gespielt habe, ob es irgendwie Sinn macht, so eine Art Spiel zu haben. Also so ein Ableger, so ein Roll-and-Ride-Ableger von Grand Austria Hotel. Aber mittlerweile bin ich auf dem Trip, dass ich das wirklich cool finde. Was machen wir bei Hochsaison? Es ist quasi ähnlich wie bei Grand Austria Hotel. Wir haben eine Auslage, auf die wir Würfel legen. Also am Anfang werfen wir alle Würfel und dann ist jeder Spieler zweimal im Zug. Es geht immer abwechselnd und man kann sich immer einen Würfel nehmen und mit diesem Würfel dann eine Aktion machen. Die unterschiedlichen Würfel-Augen-Zahlen bedeuten dann unterschiedliche Aktionen. Da gibt es nicht ganz so viele Aktionsmöglichkeiten wie in dem großen Vorleger, also in dem großen Grand Austria Hotel Spiel. In dem großen, ja, in dem Elternspiel, sag ich mal. Aber man hat doch relativ viele Möglichkeiten noch. Also ich kann Zimmer vorbereiten, ich kann Gäste einziehen lassen in die Zimmer. Natürlich jetzt nicht mehr mit so Gastkarten, sondern Gäste ziehen einfach ein. Also es sind quasi anonyme Gäste, man weiß nicht, wer da einzieht. Aber es gibt trotzdem verschiedene Boni, wenn man einen Gast einziehen lässt. Man kann auch wieder auf so einer Kaiserleiste vorgehen. Also es gibt auch wirklich sehr viele Parallelen zum großen Spiel. Und das Coole an dem Game ist, dass man ja diese Ping-Pong-Geschichten nutzen kann. Also es ist einfach so, wenn ich Gäste irgendwie einziehen lasse, dann kriege ich einen kleinen Bonus. Dann kann ich irgendwo anders vielleicht wieder einen Gast einziehen lassen mit einem Rabatt zum Beispiel. Oder auch wenn ich Gäste vorbereite, bekomme ich dann vielleicht irgendwie mal was. Oder wenn ich jemanden einstelle, dann bekomme ich auch irgendwie einen kleinen Bonus. Oder wenn ich auf der Kaiserleiste bestimmte Punkte erreiche, dann bekomme ich auch irgendwelche Boni. Und ja, so versuche ich möglichst diese Ping-Pong-Geschichten, die mir das Spiel da eröffnet, möglichst effektiv zu nutzen. Das macht wirklich Spaß und ist wirklich sehr gelungen. Also es fühlt sich an wie Grand Austria Hotel in klein. Und es macht das, was es machen will, wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ein bisschen schwierig fand ich am Anfang diese Punkteverteilung, weil ich finde, dass diese Kaiserleiste extremst stark ist. Man kriegt immer Punkte auf der Kaiserleiste, wenn man als erstes einen bestimmten Bereich erreicht hat. Das finde ich sehr stark. Da muss man wirklich auch tatsächlich darauf achten, dass man das irgendwie schafft oder dass man da ein bisschen Punkte mitnimmt. Und ja, das ist aber auch so das Einzige, der einzige Kritikpunkt am Spiel selbst. Und ansonsten ist es, ja, das Material ist halt tatsächlich sehr groß. Also man hat einfach riesige Tableaus und das ist nicht so ein richtiges Urlaubsspielen. Ich bin nicht ganz sicher, warum sie nicht einfach ein zusammenklappbares Tableau genommen haben. Dann hätte man das auch cool als Reisespiel irgendwie verkaufen können. Dann kann man das immer irgendwo mit hinnehmen. Das wäre ziemlich cool gewesen. Und jetzt hat man einfach so ein großes Brett, was man dann vielleicht doch nicht in den Koffer packt oder doch nicht in die Reisetasche und nicht mal eben, ja, schnell mitnimmt. Aber wir holen das Spiel jetzt immer raus, wenn wir Bock auf Grand Austria Hotel haben, aber tatsächlich nicht so viel Zeit haben. Denn, ja, eine Partie ist einfach super schnell gespielt. In 15 Minuten ist man da durch. Macht richtig viel Spaß. Ein richtig cooles Teil. Das nächste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist ein kleines Drafting-Spiel. So ein bisschen im Stil von Seven Wonders. Es geht um Ökosystem Korallenriff. Ökosystem Korallenriff ist ein sehr schönes kleines Draftspiel, bei dem wir uns ein kleines Korallenriff aufbauen und ganz viele kleine Meerestiere in unserer Auslage spielen wollen. Es ist so, dass wir eine bestimmte Anzahl von Karten auf die Hand bekommen und dann läuft es genauso wie in Seven Wonders ab. Jeder kann sich von seinen Handkarten genau eine Karte aussuchen. Das machen alle gleichzeitig und diese spielt man dann in seine Auslage. Und dann versucht man, seine Auslage so aufzubauen und mit dieser dann möglichst viele Punkte zu machen. Denn je nachdem, was für Tiere ich wohin spiele, bekomme ich dann unterschiedlich viele Punkte. Dann ist das so, dass bestimmte Tiere wollen irgendwie in Gruppen auftreten. Bestimmte Tiere wollen neben anderen Tieren sein. Es gibt Tiere, so ein Wal zum Beispiel, der dann noch Karten vertauschen kann. Ja, und dann schaut man, dass man in diesem Drafting möglichst schlau und ja, ein bisschen mit Glück natürlich auch seine Auslage baut und dann möglichst viele Punkte einheimt. Es ist wirklich kleines, schönes, schnell gespieltes Ding mit richtig tollem Artwork. Die Figuren, also die kleinen Meeresbewohner, klein und große Meeresbewohner, sehen wirklich toll aus. Und ja, es ist ein super schöner Absacker, muss man einfach sagen. Ich hatte vorher noch nie was von dem Spiel gehört. Ich habe es mitgespielt, ein Freund von mir hat das mitgebracht. Und ja, ich bin begeistert. Also tolles Ding auf jeden Fall. Das waren schon mal die ersten zwei Spiele. Und bevor es mit dem nächsten Spiel weitergeht, eine kurze Erinnerung an euch. Ihr solltet diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefällt. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Somit könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Da freue ich mich drauf. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Das nächste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist bei mir einfach noch ein Evergreen. Ich spiele es immer wieder gerne. Auch jetzt haben wir es wieder gerne gespielt. Die Klinik ist mal wieder auf den Tisch gekommen. Ich bin ein sehr großer Verfechter dieses Spiels. Ich weiß, es gibt einige Leute da draußen, die mögen es nicht. Und ich verstehe auch die Gründe dafür. Aber bei mir ist das Spiel einfach, ja, es ist einfach unter den, also mindestens den Top 20 of all time, muss ich sagen. Mir gefällt es sehr gut. Es könnte, es hat so ein paar Macken, wo ich sage, ja, das könnte man irgendwie noch ein bisschen optimieren. Oder es hat ein bisschen geiler lösen können und so. Aber grundsätzlich hat das Spiel bei mir einfach einen Stein im Brett. Bei die Klinik versuchen wir, ein Krankenhaus zu managen. Wir versuchen, Behandlungsräume zu bauen. Wir versuchen, Patienten aufzunehmen, Ärzte einzustellen und Patienten natürlich auch zu heilen. Und wir versuchen dabei, am meisten Geld zu verdienen. Denn Geld sind umgerechnet Punkte. Außerdem versuchen wir, das Ganze möglichst effizient zu gestalten, dieses Krankenhaus. Denn, ja, die Ärzte und die Patienten, die kosten halt Zeit. Also, dass die von A nach B laufen, wenn die in den Raum wechseln müssen oder eine Zigarettenpause machen müssen oder was auch immer. Dann kostet das Zeit und das kostet uns am Ende Punkte. Und dann läuft das so ab, dass wir gleichzeitig immer entscheiden müssen, was für eine Aktion wir machen. Und dann decken alle auf und dann werden alle Aktionen in einer bestimmten Reihenfolge abgehandelt. Und dann können wir, wie gesagt, neue Räume bauen oder Ärzte einstellen oder Patienten und so einholen. Und dann geht es darum, dass wir am Ende, wenn wir dann mit den Aktionen fertig sind, quasi die Abrechnung machen. Und dann müssen wir schauen, welche Patienten von der Aufnahme in welche Behandlungsräume kommen, wie viel Zeit wir verbrauchen, welche Patienten wir heilen können, bei welchen, welche wir nicht heilen können, welche kränker werden. Und bekommen dann, je nachdem, welche Patienten wir geheilt haben, dann von Runde zu Runde Geld. Und bei diesem Geld müssen wir dann entscheiden, wollen wir es in Siegpunkte umwandeln oder wollen wir es behalten, um es dann vielleicht in der nächsten Runde dann wieder zu investieren, in neue Räume, in neue Einstellungen, also neue Ärzte einzustellen und so weiter und so fort. Und das ist ziemlich cool. Man kann dieses Krankenhaus dann auch so nach oben wegbauen. Also man kann immer so Ebenen übereinanderlegen und das wird dann auch immer teurer, je höher man die baut. Man bekommt dann aber auch für die Behandlungsräume noch mehr Siegpunkte und so. Mega. Also ein mega Ding. Es ist ein bisschen friemlich. Man muss, also es ist einfach sehr, sehr friemlich, was so diese Bewegung auf dem Board angeht, weil man wirklich jede Bewegung irgendwie so simulieren muss, damit man weiß, wer wie viel Zeit verbraucht hat. Aber mal abgesehen von diesem etwas friemlichem, hakeligen Punkt ist das ein so geiles Simulationsspiel. Es ist ein so geiles Expertenspiel und vor allen Dingen hat es halt unendlich viele verschiedene Module, die man mit reinnehmen kann. Also wir haben dann jetzt aus der dritten Erweiterung wieder mal ein neues Modul ausprobiert. Das war so ein Raucherpausenmodul, da musste man immer einen Arzt bestimmen oder einen Patient oder einen Pfleger oder was auch immer eine Person bestimmen im Krankenhaus, die jede Runde, bevor sie irgendwas anderes macht, bevor sie anfängt zu arbeiten oder bevor sie irgendwie behandelt wird, erstmal eine Raucherpause macht und zum Zigarettenautomaten laufen muss und wieder zurück. Und dann hat sie so eine Zigarette unter sich. Und dann war es so, ja, Ärzte, die irgendwie zwei so eine Zigarettendinger haben, die sterben, bei Patienten sterben die direkt, aber Ärzte werden nicht mehr abgewertet, die werden nicht mehr dümmer, weil sie sich unsterblich fühlen und so weiter. Also es ist halt ziemlich witzig, muss man einfach sagen. Und es ist ein super cooles Ding, wir spielen es immer wieder gerne und vor allen Dingen die ganzen Module auszuprobieren und zu entdecken. Es macht wirklich viel, viel Spaß, vor allen Dingen, weil die Module einfach sehr klein sind. Es sind immer sehr kleine Sachen, die auch immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen sind, weil es so Sachen aus dem echten Leben sind, die dann irgendwie so ins Spiel gebracht wurden. Finde ich super, immer wieder eine Partie wert. Die Klinik, ja, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Dann habe ich mich breitschlagen lassen, auch mal Emlem zu spielen. Ich habe, als das rauskam, als die Videos rauskamen zu Emlem, dachte ich so, what, wieso berichtet jetzt jeder? Hans und Franz hier über dieses Katzen-Game, habe ich mich irgendwie ein bisschen gewundert. Und ich konnte auch nicht so richtig verstehen, was an diesem Spiel cool sein soll. Und tatsächlich muss man es einfach mal gespielt haben. Also es ist schon echt ein witziges Push-Your-Luck-Spiel. In Emlem versuchen wir, ja, Katzen ins Weltall zu schicken. Wir versuchen Katzen auf Planeten und auf Monden zu platzieren, um dort Siegpunkte zu erlangen. Und dann funktioniert das in so einem, ja, Würfelmechanismus. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Würfeln, die wir würfeln können. Und jedes Mal müssen wir dann, wenn wir gewürfelt haben und Glück hatten, dass da, ja, Würfelaugen oder Symbole dabei sind, die wir nutzen können, entscheiden, welche wir nutzen, welche nicht, wie weit unsere Rakete fliegen soll und welche nicht. Und dann müssen wir jedes Mal entscheiden, ob wir denn dann aussteigen wollen am Ende unseres Zuges, um dann irgendwie auf einem Planet zu landen oder auf einem Mond, um dann irgendwie sicher Siegpunkte mitzunehmen oder ob wir quasi unser Glück herausfordern wollen und mit den restlichen Würfeln weiter würfeln wollen, um dann noch weiter nach oben zu fliegen. Und man will natürlich irgendwie ganz weit hinaus auf die oberste Ebene, um da noch möglichst viele Punkte zu erlangen. Also es ist so ein klassisches Push-Your-Luck-Spiel, bei dem wir tatsächlich aber auch so ein bisschen mit Statistik arbeiten können. Wir wissen, die Informationen sind quasi offen. Wir wissen, welche Symbole uns weiterhelfen. Wir wissen, welche Symbole wir würfeln können. Wir wissen, ja, also wir können auf jeden Fall mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Es ist nicht so, dass wir einen riesigen Kartenstapel haben wie bei anderen und wir gar nicht genau wissen, wie die Verteilung ist. Ja, das ist auf jeden Fall dann eher so ein Push-Your-Luck-Spiel, was vielleicht Leute eher begeistert, die auch gerne ein bisschen Einfluss haben. Also es ist nicht komplett random, muss man einfach sagen. Und darin unterscheidet sich das Spiel dann doch von vielen anderen Push-Your-Luck-Spielen, muss man sagen. Also sowas wie Deadman's Draw, ne, das habe ich eigentlich, ich habe den Vergleich gemacht. Andere meinten, das ist vielleicht nicht so ganz vergleichbar. Ich finde irgendwie schon, so vom Flow her, es macht derbe viel Spaß, das zu spielen. Man kann dem anderen auch so ein bisschen einen rein drücken. Es ist einfach Push-Your-Luck, Push-Your-Luck, Push-Your-Luck. Und am Ende gewinnt derjenige, der die meisten Punkte hat. Aber bei sowas wie Deadman's Draw, es ist halt einfach völlig random. Also es ist völlig zufällig. Man kann relativ wenig selber beeinflussen, man kann sehr viel Pech haben, man kann sehr viel Glück haben. Und bei MLM ist es ein bisschen ausgewogen zumindest, muss man einfach sagen. Wir haben dann noch mit so zwei Modulen gespielt, so einem UFO-Modul. Dann kommt einem so ein UFO immer entgegen. Wenn man auf dem UFO direkt landet, kriegt man auch nochmal irgendwie extra Punkte. Und dann haben wir noch solche Plättchen gehabt, die wir auf diese Raketenfelder gelegt haben. Und wenn man da dann drüber hinaus ging dann oder drauf ging auch, dann hat man auch nochmal einen Bonus bekommen. Das hat das Ganze, glaube ich, einfach ein bisschen beschleunigt, weil wir waren dann doch relativ früh, auch schon ganz weit oben. Ja, nettes Game, kann man auf jeden Fall machen, gefällt mir auch vor allen Dingen. Das Spielmaterial ist, also erstmal ist das Spiel relativ günstig, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube so 32 Euro. Und dann hat es so eine schöne Neoprenmatte als Spielfeld. Das gefällt mir auch wirklich sehr gut, muss man sagen. Mit den einzelnen Modulen kann man ein bisschen experimentieren. Schönes Ding. Deswegen ein tolles Familienspiel und ja, für Katzen die Parbe, glaube ich, ein Muss, weil ja, die Katzen da der Hauptdarsteller sind. Es gibt aber, glaube ich, eine Hundeerweiterung oder so ein Hundemodul, ich bin nicht ganz sicher. Ja, schönes Familienspiel, könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken. Und dann habe ich noch ein ganz lustiges Partygame gespielt, nämlich Cash & Guns. Das habe ich im Würfel und Zucker gespielt, auf dem Brettspiel Magie-Supporter-Wochenende, bei dem ich eingeladen war. Und, ah ja, ich muss sagen, ich hatte das immer nur bisher im Würfel und Zucker so von Weitem gesehen, wenn ich da mal war. Und dann haben andere Leute das gespielt und dann, na, da hat man so Schaumstoffpistolen und muss dann mit Schaumstoffpistolen irgendwie auf andere Leute zeigen. Das fand ich immer ein bisschen weird, ein bisschen seltsam. Ich finde es auch tatsächlich immer noch seltsam. Aber tatsächlich hat mir das Spiel extrem viel Spaß gemacht. Es war einfach eine sehr extrem lustige Runde, in der wir das gespielt haben. Und, ja, es ist ein kleines Partygame. Also es läuft immer so, dass wir, ja, solche Beuteplättchen ausliegen haben. Diese Beuteplättchen, das können verschiedene Dinge sein, so Set-Collection-mäßig oder irgendwie Direktpunkte oder irgendwelche, ja, irgendwelche Fähigkeiten oder was auch immer. Und dann ist es so, dass wir einen Paten haben. Dieser Pate, das ist sozusagen derjenige, der am Ende das letzte Wort hat. Der darf dann auch nochmal eine Pistole verschieben. Und dann ist es, dass wir, ja, dann zählen irgendwie alle rückwärts. Und wir müssen dann mit unseren Pistolen auf jemanden zielen. Gleichzeitig müssen wir aber auch eine Karte auslegen, eine verdeckte Karte, in der wir dann sagen, ob die Pistole, die wir da gerade jemandem ins Gesicht halten, ob die geladen ist oder ob da nur Platzpatronen drin sind quasi. Und dann kann derjenige oder dann müssen alle diejenigen, auf die dann gezielt wird, müssen dann auch noch irgendwie entscheiden, ob sie sich ducken, ob sie sich zurückziehen quasi oder ob sie durchziehen und glauben, dass man blufft. Und dann, ja, am Ende wird irgendwie aufgedeckt und alle, die quasi getroffen worden sind, die sind dann raus für die Runde und alle, die nicht getroffen worden sind, die können sich dann so ein Beuteplättchen nehmen. Das macht man dann ein paar Runden lang und dann ist es am Ende, wer die meiste Beute hat. Und, ja, tolles Partygame und ich glaube, oder ich bin ziemlich sicher, diese Version gibt es auch als Harry Potter Version, bei dem man einfach mit Zauberstäben auf sich zeigt. Und da muss ich sagen, ich glaube, das ist einfach viel geiler. Das ist viel geiler, viel, dass irgendwie mit Pistolen auf Leute zeigen, sorry, aber das muss einfach nicht sein. Deswegen würde ich das Spiel eigentlich auch niemandem empfehlen, sondern dann, wenn es dieses Spiel sein soll als Partygame, dann würde ich auf jeden Fall die Harry Potter Version empfehlen. Das ist so ein bisschen mehr Fantasy, dann so ein Zauberstäbe, das ist nicht so wild und das macht dann trotzdem Spaß. Das ist genau der gleiche Mechanismus, wenn ich mir das deshalb richtig sagen lassen. Ich glaube, es heißt Stupor und, ja, das werde ich mir definitiv auch mal angucken. Und vielleicht kommt das dann demnächst auch nochmal irgendwie auf den Tisch oder bei mir ins Regal. Cachen Guns kann man, ich glaube, die Version ist sowieso nicht mehr verfügbar. Das kriegt man sowieso nur noch auf dem Gebrauchmarkt. Aber, ja, holt euch dann Stupor, wenn ihr Interesse an solcher Art Spiel habt, mit Pistolen auf sich zeigen. Ja, muss irgendwie nicht sein, meiner Meinung nach. Das war es wieder mit den fünf Spielen für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Das eine oder andere Spiel ist vielleicht für euch dabei gewesen. Ja, für mich waren das fünf richtig coole Spiele, muss ich sagen. Also diese Folge war wirklich keine Enttäuschung dabei, kein schlechtes Spiel. Kann aber auch ja mal anders sein. Mal sehen, ob es in der nächsten Folge auch wieder so ist oder ob ich dann auch mal wieder von einem Spiel berichte, was mir nicht so gut gefallen hat. Auf jeden Fall, ja, würde es mir gefallen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben für dieses Video gebt. Und auf jeden Fall ein Abo da lasst hier auf meinem Kanal. Das würde mich sehr freuen. Die Unterstützung kann ich wirklich gut gebrauchen. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal schaut. Schaut doch mal rein. Hier habe ich zum einen ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt hier oben. Und hier unten noch das letzte gespielt Video, auch wieder mit fünf Spielen, die ich vorstelle und kurz, ja, kurz bespreche. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao. Ciao.